Ganz herzlich willkommen zu Meinungsmeinung, liebe Zuschauer. Hallo Alfred. Hallo. Vollgepackte Sendung, viele Themen, die wir zu besprechen haben. Wir starten mal mit Tesla in die Sendung, denn heute ist es eigentlich soweit. Der langersehnte Battery Day findet statt, aber sonst ist ja Elon Musk dafür bekannt, die Erwartungen zu schüren. Diesmal hat er sie sogar ein bisschen gedämpft gestern in einem Tweet, oder? Ja, vielleicht noch ganz kurz, wer es sehen möchte, heute Abend ab 22.30 Uhr wird das im Internet gestreamt. Ich werde es mir anschauen. Hoffentlich schaffe ich das lang genug, weil ich gehe im Moment so früh ins Bett, weil ich so früh aufstehen muss. Also, egal. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Man darf gespannt sein. Es ist ja im Vorfeld schon viel spekuliert worden, was da jetzt präsentiert wird. Also relativ sicher ist eine lange lebende oder eine Batterie mit langer Lebensdauer mit bis zu zwei Millionen Kilometern. Dann eine höhere Leistungsdichte, günstigere Kosten. Vielleicht noch die eine oder andere Überraschung. Tatsächlich hat Elon Musk im Vorfeld, also gestern Abend, um genau zu sein, gefittert, dass die Neuerungen, die man vorstellt, nicht sofort verfügbar sein werden, sondern erst ab 2022 in die Massenproduktion gehen. Er hat auch hinzugefügt, und das ist eigentlich ganz wichtig, dass es unheimlich schwer ist und um den Faktor 1000 bis 10.000 Mal schwieriger ist, ein Produkt in Massenproduktion zu bringen, als ein Prototyp zu entwickeln. Es gibt ja unheimlich viele Batterietechnologien, die als Prototyp existieren, Feststoffbatterie etc. Aber daraus eine funktionierende Massenfertigung zu machen, das ist das Problem. Und das hat Tesla offenbar geschafft oder will es dann schaffen. Und darüber wird man heute Abend einiges erfahren. Ich bin mal wirklich gespannt, was da alles passiert. Denn Tesla muss auch ein bisschen was machen, denn die Batterietechnologie, da holen noch andere auf. BWD zum Beispiel hat jetzt eine neue Batterietechnologie. Samsung STI kommt mit neuen Technologien. Also da ist man schon gefordert, aber ich denke mal, Tesla wird seinen Vorsprung, den man vor der Konkurrenz hat, in allen Belangen halten können. Spätestens bei der nächsten Sendung gibst du uns dann Details zu diesem Battery Day ab, den du hoffentlich dann miterleben wirst. Genau. Und vielleicht auch kurz zur Aktie. Also ja, diese Delle ist schnell wieder aufgeholt worden. Und jetzt wird es natürlich auch von heute Abend abhängen, ob wir da neue Höchststände sehen werden oder nicht. Ich sage es nochmal, ich finde den Kurs im Moment eher ein bisschen zu hoch. Langfristig werden wir höhere Kurse sehen, aber im Moment ist das Aufwärtspotenzial kurzfristig doch eher begrenzt, würde ich sagen. Wir bleiben noch kurz beim Thema. Wir schauen auf den Batteriepreis in US-Dollar je Kilowattstunde in dem Fall. Lass uns noch eine Grafik zu mitgebracht, wie sich das entwickelt. Genau, das sieht man eigentlich ganz schön, dass wir eine extreme Entwicklung haben. Was den Preis für Batterien angeht. Das ist so ein bisschen wie bei Solarmodulen, bei Solarzellen. Da haben wir auch eine ähnliche Entwicklung gehabt. In den 70er Jahren hat ein Modul noch 70 Dollar pro Watt gekostet, jetzt nur noch 30 Cent. Bei den Batteriepreisen waren wir im Jahr 2010, jetzt sieht man die Jahre unten, gar nicht mehr. Das ist 2010 bei über 1.000 Dollar pro Kilowattstunde. Das heißt, ich habe ein Tesla Model S mit einer Batterie mit 100 Kilowattstunden. Die Batterie hätte damals eben 100.000 Dollar gekostet. Jetzt, besser gesagt 2019, sind die Preise gefallen auf 156 Dollar. Das heißt, diese Batterie kostet dann nur noch 15.600 Dollar. In diesem Jahr sind wir wahrscheinlich, es gibt immer so keine genauen Zahlen, weil niemand will natürlich das veröffentlichen. Man liegt wohl so insgesamt bei 130 Dollar. Tesla liegt wohl schon bei den 100 ungefähr, knapp drüber nur noch. Das heißt, die Batterie kostet noch 10.000 Dollar. Man sagt, zu 100 ist die Schwelle 100 Dollar pro Kilowattstunde. Da kann man dann Elektroautos auch zu den gleichen Preisen verkaufen wie Autos mit Verbrennermotor. Und diese Marke hat Tesla wohl schon erreicht. Man wird jetzt wohl in Richtung 60, 70 Dollar kommen in absehbarer Zeit. Und dann ist es eben möglich, sogar die Autos günstiger anzubieten als Verbrenner oder eben die Margen hochzufahren oder beides. Also das ist eine ganz wichtige Zahl, diese Batteriekosten, denn die Batterie ist das teuerste Bauteil im Elektroauto. Und wir sind hier noch lange nicht am Ende. Dieser Preisverfall wird weitergehen. Und der wird dazu führen, dass Elektroautos dann auch ohne Subvention sich sehr gut verkaufen werden. Und du sagst bemerkenswert in der kurzen Zeit, das sind jetzt zehn Jahre, wo es diese Entwicklung genommen hat. Ja, und es geht ja noch weiter. Es gibt ja auch noch eine Formel, dass man sagt, wenn die gesamte Produktion eines Produkts sich verdoppelt, sinken die Produktionskosten um 15 Prozent. Und da wir jetzt ja erst seit einigen Jahren Batterien in großen Stückzahlen produzieren, es gibt eigentlich bisher nur weniger Produzenten, wird dieser Effekt auch noch stärker werden. Also da ist noch einiges an Luft nach unten bei den Preisen. Du hast ja auch gesagt, wie bei die auch in Sachen Batterie gut aufgestellt. Wir schauen uns hier kurz noch den Chart an. Ist man da sogar besser im Moment noch aufgestellt als Tesla? Nein, man hat eine andere Technologie als Tesla. Es gibt ja da verschiedene Ansätze, wie bei die hat ja auch eine neue Batterie entwickelt, die Blade Battery. Die hat wohl nicht so eine hohe Leistungsdichte, ist aber eben sehr günstig. Und das nutzt man jetzt aus und hat jetzt damit seine Autos bestückt, insbesondere die neue Limousine Han, die sich im August, kamen jetzt gerade Zahlen raus, immerhin 4000 Mal verkauft hat. Das ist zwar noch nicht ganz so wie das Model 3, das hat sich in China im August 11.000 Mal verkauft, aber immerhin, das ist schon mal ein Achtungserfolg. Und dann gab es noch die Nachricht gestern, und das ist schon beeindruckend, dass BYD einen Joint Venture mit Didi hat. Didi ist quasi die chinesische Uber, also ein Fahrdienstleister, der größte in China. Und man arbeitet jetzt zusammen und man entwickelt oder hat schon ein Auto entwickelt, das Uber einsetzen will für diese Fahrdienstleistung. Man beschäftigt ja im Moment Fahrer, die ihre eigenen Autos mitbringen, aber selbst da sind schon viele Elektroautos dabei. Jetzt hat man ein Auto mit BYD entwickelt. Extra für Fahrdienste mit einer Schiebetür zum Beispiel, damit man nicht die ganzen Radfahrer runterholt von ihrem Fahrrad, wenn man die Tür aufmacht. Und dieses Auto soll in diesem Jahr schon ausgeliefert werden. Und da reden wir wahrscheinlich von Stückzahlen im sechsstelligen Bereich pro Jahr. Also das ist eine große Nummer und das zeigt auch, dass die Aktie auch heute nochmal in Hongkong zulegen kann und dieses hohe Niveau halten kann. Und ich glaube, dass wir hier keinen größeren Rücksetzer mehr werden. Für mich ist BYD ein Kandidat auf eine Vervielfachung. Im Prinzip ist das so ein bisschen so, ich schreibe gerade in meinen Reports, da habe ich es gerade geschrieben. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Szenario an Tesla im Dezember letzten Jahres. Da ist Tesla auch erstmals auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das waren so knapp 400 Dollar, 380, 400. Nach vor dem Split wohlgemerkt. Jetzt stehen wir bei 400 nach dem Split. Also die Aktie hat sich verfünffacht. Und jetzt haben wir hier auch diesen Ausbruch gesehen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir hier auch eine Verfünffachung. Das sind dann übrigens 400 Prozent. Vielleicht nicht in einem Jahr, aber sagen wir mal in den nächsten zwei bis drei Jahren ist das durchaus möglich. Da ist uns noch einen kleinen Sneakpeat quasi schon in den nächsten Mai der Unreport gegeben. Sie haben ja vorhin auch die Homepage gesehen, www.mailundeport.de. Da kann man sich weiter informieren. Genau, da gibt es ja auch den Saubere-Zukunft-Index. Tausend tolle Sachen. Tausend tolle Sachen. Wichtiges Thema beim Thema Batterie ist dann, oder wichtiges Unternehmen, ist natürlich auch Varta. Jetzt hat es zu Wochenbeginn. Klar, es gab die allgemeine Merchschwäche, aber es gab auch ein paar Short-Seller, die da wieder so am Start waren. Die hatten wir ja schon öfter bei Varta, aber... Ja, das begleitet die Aktie im Prinzip seit dem Einbruch zu Jahresanfang. Also hier, genau seit diesem Einbruch, da haben die Short-Seller Varta für sich entdeckt und lassen auch nicht locker. Immer wieder wird versucht und auch zum Teil erfolgreich, den Kurs zu drücken, aber nicht nachhaltig. Auch gestern ging es da mal runter bis auf 109 Euro. Jetzt stehen wir halt wieder bei 118. Das wird wohl noch eine ganze Zeit lang so andauern, aber es gibt eine Lösung. Also zuerst mal gibt es heute den Battery Day, der natürlich auch auf alle anderen Firmen abstrahlt, die im Batteriebereich unterwegs sind. Und Varta hat ja auch gesagt, dass man Batterien für Elektroautos schon hat, Batteriezellen, und gerne oder offen ist für Partnerschaften. Und das kann, ich will nicht sagen täglich, aber es kann durchaus in naher Zukunft passieren, dass eine solche Kooperation mit einem Autohersteller gemeldet wird. Und dann möchte ich die Lehrverkäufer mal sehen, ich möchte den Kurs der Aktien mal sehen, was dann passiert. Also das Upside-Potenzial ist doch erheblich und nach unten ist Varta relativ gut abgesichert, weil sobald die Aktie fällt, auch immer wieder ein paar Lehrverkäufer sind, die das Niveau nutzen, um ihre Position einzudecken. Denn es gibt auch Lehrverkäufer, die raus wollen aus ihrer Position, andere wollen offensichtlich noch rein oder ihre Position ausbauen. Das ist so ein Hin und Her, eine sehr gemischte Gemengenlage, aber am Ende entscheidet das operative Geschäft die Fundamentaldaten und die sind bei Varta hervorragend. Und dieser Ausblick auf Kooperationen, der Battery Day, das sollte doch den Aktienkurs eher dann in diese Richtung treiben. So wie bei Tesla, wie du sagst, da hat man ja auch irgendwann mal die Lehrverkäufer abgeschüttelt. Zumindest hat man jetzt in der Zeit gar nichts mehr. Ja, und es sind bei Varta, ich sage es nochmal, es sind unverändert, um die 30 Prozent Lehrverkauf bei Tesla, waren es in der Spitze nur 25. Jetzt sind es bei Tesla nur noch, ich glaube, so um die 8 Prozent Lehrverkauf. Also da, ja, gut, Varta wird sich jetzt nicht verfünffachen, das sicherlich nicht, aber mein Kursziel für Varta 200 Euro. 200 Euro, merken wir uns. Unterdessen schon mal auf einen weiteren, vielleicht Profiteur von der ganzen Battery Day-Geschichte heute, zumindest notiert Schneider Lithium auch recht deutlich im Plus. Ja, ich hatte die Aktie vor zwei Wochen oder vor einer guten Woche so, glaube ich, dabei gehabt. Da sind wir gerade hier, waren wir hier kurz vor dem Ausbruch. Jetzt haben wir ein neues Mehrjahreshoch. Die Aktie war auch schon mal vor, ich glaube, 2017 in diesem ganzen Lithium-Hype schon mal bei über 2 Euro. Jetzt sind wir immerhin wieder über 1 Euro gestiegen. Auch wirklich nicht zu Unrecht, denn die Pilotanlage in Arkansas, Arkansas ist es, man spricht es aber Arkansas aus, das habe ich gelernt. Also ein US-Bundesstaat, die läuft mittlerweile. Man hat ja dort eine Partnerschaft mit Lanxess, dem deutschen Chemiekonzern. Und das ist ganz interessant, weil Lanxess schon seit einiger Zeit, ich will nicht sagen aggressiv, aber zumindest damit Werbung macht oder darauf hinweist, dass man ja im Lithium-Bereich aktiv ist, nämlich mit der Kooperation mit Schneider Lithium. Und es gibt Analysten, die sehen einen Mehrwert durch das Lithium-Geschäft für Lanxess von 10 bis 12 Euro pro Aktie. Wir reden also da von einer Mehrbewertung von rund einer Milliarde Euro. Das heißt, Analysten schätzen das Geschäft, was man zusammen betreibt, auf ein Volumen von einer Milliarde Euro ein, also eine Bewertung von einer Milliarde. Und im Vergleich dazu ist die Bewertung von Standard Lithium im Moment bei 100 Millionen. Und da ist also schon noch eine Diskrepanz, die es aufzufüllen gilt. Und die nicht komplett aufgefüllt wird, also Standard Lithium wird sicherlich jetzt nicht eine Milliarde wert sein irgendwann, aber zumindest ist da noch Luft nach oben. Und ich bin mal gespannt, wann Lanxess da mal Nägel mit Köpfen macht und ein Joint Venture oder eine Übernahme durchführt. Vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, hört man so raus. Ja, aber die Zeit, das werden jetzt sicherlich nicht Tage sein, aber es können Wochen sein, Monate. Es ist immer sehr, die deutschen Mühlen mahlen sehr langsam und es wird immer nochmal geprüft und nochmal nachgefragt. Also das ist ein sehr langer Prozess. Die Kooperation gibt es, glaube ich, schon seit über einem Jahr. Das zieht sich doch ein bisschen hin. Kommen wir auf eines der Aufregerthemen in der vergangenen Woche zu sprechen, das sich aber natürlich weiter zieht. Und Nikola, jetzt ist auch noch der Chef und der Gründer-CEO Trevor Milton zurückgetreten. Überraschend und auch wenig hilfreich, oder? Ja, also er hat gesagt, es hieß offiziell, um Schaden abzuwenden. Klar, er hat auch nach den Short-Seller-Vorwürfen wild rumgetwittert. Und das hat, glaube ich, auch General Motors, dem neuen Partner, nicht so gut gefallen. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass Nikola ja offensichtlich gar nicht viel hat. Also die Wasserstofftechnologie und die Batterietechnologie holt man sich jetzt von General Motors. Die Autos lässt man auch extern bauen. Die Trucks rollen antriebslos den Hang runter. Man hat gelebt von seinem CEO, von seinen vollmundigen Äußerungen, von viel heißer Luft, die er verbreitet hat. Und jetzt ist die heiße Luft auch noch weg. Jetzt ist die Frage, was überhaupt noch bleibt. Er bleibt düster Fan. Er bleibt Fan. Sein Nachfolger hat mehrere Jahre bei General Motors gearbeitet. Das ist eigentlich ganz gut. Viele sagen jetzt, ja, jetzt ist General Motors da am Ruder, jetzt wird die ganze Sache laufen. Aber es ist schwer, etwas zum Laufen zu bringen, wo wenig vorhanden ist. Zudem kommt noch dazu, dass der jetzige neue Vorstandschef auch den Mantel hatte, in den Nikolaus geschnüpft ist beim Börsengang. Also es ist alles sehr fragwürdig. Die Analysten halten Nikolaus die Treue. Das fand ich ganz erstaunlich. Es wurden zwar die Kurszüter leicht gesenkt, aber die meisten haben gesagt, ja, die müssen jetzt zeigen, was sie können. Müssen sie auch. Ich bin sehr skeptisch. Ich glaube wirklich, da kommt das Böse erwachen. Es gibt ja auch laufende Ermittlungen von der US-Börsenaufsicht und vom Justizministerium. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, aber ich befürchte mal nichts Gutes. Das ist als Thema interessant, aber als Aktien muss man doch nicht im Depot. Es wird spannend. Das wird noch eine längere Geschichte werden. Aber ich bezweifle mal, dass da was Gutes bei rauskommt. Dann wenden wir uns anderen, vielleicht erfreulicheren Themen zu. Jinko Solar wird morgen, jetzt Mittwoch, die Quartalszahlen die jüngsten volllegen. Wie sind die Erwartungen? Wird man über den Vorjahresvergleichszeitraum liegen können? Ja, die Erwartungen sind eigentlich relativ gedämpft. Es wird ein bisschen besser erwartet. Ich bin mal gespannt. Aber es gibt noch was ganz Neues. Es kam nämlich gestern Nachmittag die doch überraschende Meldung, dass Jinko Solar ein Zeitlisting anstrebt in China. Also man will den operativen Teil der Firma, den Hauptteil, ausgliedern. Das will man jetzt noch im Oktober durchführen oder bis Ende Oktober. Und dann diesen Teil in Shanghai an die Börse bringen. Und zusammen mit einer Mein-Kapital-Finanzierung. Und die Gründer steigen in diese neue Firma ein mit einer Bewertung von ungefähr 28,50 Dollar. Und das hat auch dazu geführt, dass die Aktie diesen Wert fast erreicht hat. Und ich glaube sogar, dass dann beim Börsengang in China werden Aktien ganz anders bewertet als in den USA. Also chinesische Aktien. Die Amerikaner sind ja nicht so große Freunde von China-Aktien. Da war Jinko Solar auch immer so günstig. Immer noch KGV von 6. Dass durch dieses Zweitlisting in China ganz andere Bewertungen aufgerufen werden können. Also ich finde auch normalere Bewertungen, vielleicht KGVs von 10, 15, entsprechend groß ist das Aufwärtspotenzial. Auch wenn der Börsengang wahrscheinlich dann erst irgendwann im nächsten Jahr kommt. Jinko Solar offiziell gesagt, in den nächsten drei Jahren. Aber ich denke mal, das wird eher passieren. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Und das wird, glaube ich, nachhaltig auf den Kurs noch wirken. Wie gesagt, gestern diese 12 Prozent plus in einem sehr schwachen Umfeld. Der Markt ist ja gestern, ich will nicht sagen kollabiert, aber doch sehr unter Druck gekommen. Das zeigt schon, wo die Reise hingeht. Und wenn jetzt morgen die Zahlen noch passen, dann nehmen wir zumindest das alte Jahreshoch mal locker raus. Gut, und wir sprechen uns dann wieder, wenn die Zahlen vorgelegt wurden. Das machen wir nächste Woche. Nee, Donnerstag. Morgen. Morgen kommen die Zahlen, dann sprechen wir uns am Donnerstag wieder. Genau. Genau, so machen wir es. Und dann schauen wir auf einen weiteren Gewinner noch zuletzt, der auch gestern zugelegt hat. Trotz der Marktschwäche, Paletten gilt ja als Corona-Gewinner. Und jetzt waren es gestern wieder die Corona-Ängste, Sorgen, die den Markt belastet haben. Da haben solche Werte zulegen können. Glaubst du, das ist nachhaltig? Würdest du da jetzt draufsetzen? Das ist wirklich interessant. Mit wem ich auch immer spreche, also 99 Prozent der Leute, mit denen ich spreche, sagen, das ist nicht nachhaltig. Also sobald die Fitnessstudios wieder alle auf sind, rennen alle wieder dahin. Peloton selbst sagt, es ist nachhaltig. Na klar sagen die das, müssen sie auch. Aber auch mehr und mehr Analysten sagen, dass man diese neuen Kunden, die man jetzt gewonnen hat, rüber retten kann. Also ich will nicht sagen retten. Peloton hat eine Kündigungsrate von unter einem Prozent. Das ist wirklich, ich will fast sagen, erschreckend niedrig. Also die meisten Leute bleiben dabei. Und die hatte man übrigens auch schon vor Corona. Jetzt hat man die Preise für seine Geräte gesenkt. Gerade für das Fahrrad, für das Laufband kommt es dann später. Es kommt ein neues, günstigeres Laufband. Das macht auch Sinn, um den Kreis noch größer werden zu lassen an potenziellen Neukunden. Das Ziel von Peloton, und das ist wirklich bemerkenswert, man hat jetzt drei Millionen Kunden. Das sind knapp über eine Million Verträge. Es gibt ja auch Verträge, wenn man das Fahrrad hat zum Beispiel, dann kann die ganze Familie drauf fahren. Man braucht also nur einen Vertrag für die ganze Familie. Also 3,2 Millionen Kunden in etwa. Und das Ziel sind 100 Millionen. Das ist sportlich, aber das zeigt auch, wie viel Potenzial noch in dem Wert ist und in der Aktie ist. Und die Aktie gestern auf einem neuen Rekord hochgeschlossen. Diese Korrektur, die wir bei Technologiewerten hatten, ich sage mal, Peloton ist ja ein Technologiewert im Prinzip, weil man ja auch eben hauptsächlich von diesem Streaming-Geschäft, von dem Abo lebt. Diese Korrektur sieht man hier überhaupt nicht. Und das ist ein Zeichen von ganz klarer Stärke. Und ich glaube, wir haben hier wahrscheinlich erst den Anfang gesehen. Würdest du dir auch so ein Spinning-Bike bei uns einmal in den Keller stellen? Nee, also Fahrrad fahre ich dann wirklich lieber draußen. Und obwohl ich selbst der Meinung bin, ich habe zum Beispiel ein Rudergerät, das steht jetzt seit zwei Jahren in der Garage und da sind jetzt schon Spinnweben dran. Also trotzdem glaube ich, das funktioniert. Denn es gibt viele Leute, die tatsächlich, wie gesagt, ich habe das Rudergerät. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der auf dem Schirm mich anfeuert, würde ich vielleicht mich auch mal draufsetzen. Und genau das ist der Vorteil von Peloton. Schöne Aktien, sehr hoch bewertet. Aber das war zum Beispiel Netflix auch schon immer und wird es auch immer sein. Das waren die Schlussworte für heute. Danke schön, Aschrik. Danke auch Ihnen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Sodك. Tschüss. Tschüss.